Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ja, das macht noch Freude, auch wenn man schon 70 ist, aber den Kindern was beibringen, helfen, spielen, das war mein Sinn, mein Leben. Für andere da zu sein, anderen das beibringen, hoch, denn die Kinder müssen ja durchspielen, lernen sehr, wie man im Alter umgeht, wie man das macht und wie das ist. Sie müssen ja die Zeit haben, sich hochzuspielen und zu erfahren, wie alles geht. Wie sagt man da, sind wir 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 da? Das sagt man, den wir da sind, oder? Ah, du bist da, bist du da? Ja, das bleibt.